also Stefan es muss aber auch liefern naja hat extra gemacht das ist ja wohl die beschissenste Grenz ist die es gibt den Witz den hat er schon lange 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 abgeguckt aber er ist gut die Engelstimme muss wieder ansagen wer alles mitspielt nicht mal Franzel Erik hat das gestern sehr gut gemacht muss er das toppen ja haben die überhaupt schon einen Namen für heute und irgendein anderes Valkyrie macht das macht das blaue Auge ne äh Valkyrie und das Blue Hole oder so naja nach echt sieht Blank von nix mehr so wie es einmal war ne das stimmt Stefan verfreulich dich heute noch der war gut war weil er auch so trocken kann das war immer so trocken das war halt so ein das war vor allem auch so trocken wie er das gemacht hat ne das war schon das war einfach ein Situationscomic so ne hab ich voll trocken gebracht hab ich das Volkrocken rausgedrückt in die Schüssel so Scheiße wie viele Wände gibt es hier in diesem Raum mehr als freier ich weiß noch nicht mal wo wir sind ach im Serverraum ok Grenze wie der war gerade in mh das ist interessant hier guck mal da schön hier schön das ist die Scheiße ohne dich Oh, die Nacht ist ja auch noch, ist ja auch noch mehr Nacht, ne, ist ja richtig schul. Ja, da kann man wenigstens aus dem Fenster gucken. Dann gehen wir vielleicht besser raus. Das wurde geupdatet, ö. Ach, hier sind wir. Ich hätte doch schon mal verteidigt, den Raum. Die Mutter, die Mutter von Ubisoft hat ein Update gekriegt, ja. Mutter. Ja, Mutter. Ich kann jetzt backen. Und kochen, backen kann sie mit Backen. Backen, backen, versteht ihr Backen? Der Lachs hat gerufen. Wo war das? Bei den Ferien, da rechts. Also da die Tür raus. Ah, die ist noch zum Fenster, das ist zu. Hier sind noch mehr hier draußen. Hier sehlt sich was ab. Oder rauf, oder wie auch immer, gut. Willst du Setscher gewesen sein? Ja, Setscher. Ja, er macht das schon. Back. Back hat sich verabschiedet. Hinter mir, äh, hinter dir. Wer fand's? Feuze von oben. Nur einer hat überlebt. War der schon drin oder noch in der Tür? Äh, nee, der war noch draußen. War, ist die Black, äh, war Blackbeard. Wo überhaupt ist hier das Loch gar nicht? Oh, mein bester Freund auch noch. Ah, jetzt macht das auf der anderen Seite. Ich hör' den aber auch nicht. Oh, hier bei der Tür, glaub ich, müssen gleich hier was kommen. Oh, dieser scheiß Hubschrauber. Der schluckt jedes Geräusch hier grad bei mir. Ich glaube, über mir ist jemand rumgelaufen. Oh, da sind beide. Da sind alle, alle beiden draußen. Gut drauf gemacht, dein Lukas. Ja. Wie beim Serverraum? Müssen die Nerd daheim? Ja, wir sind hier beim Serverraum. Ja, wir haben sie gerade aufgesprengt. Das sieht ja nichts. Hat der vorhin irgendwo markiert. Ja, aber der war doch da auch in der Tür, oder nicht? Der hat da auf jeden Fall aufgesprengt, ja. Ah, draußen. Ah, hinten wieder, andere Seite kommen die jetzt. Krass. Mach ich immer ganz fix wieder zu, wa? Also ich, ja, ich passe da auch wieder. Wenn da wieder was kommt, bin ich in der Kamera. Oh, Blackbeard, ne, ey. Du triffst den und denkst dir so, ja, geil. Und dann bist du so, aha, shit. Lass das nicht. Witzig. War da draußen oder drinnen? Hä, hä. Hä. Passi. Die Rahn, die Kahn kam grad rein, also. Bei mir hier. Ja, genau, hinter dir quasi, genau da, ja. Macht's ab. Blackbeard, ne? Ja. Schauber. Nice. Ja, war noch einer, ne? War noch einer. Ist ein Drohnenloch? Ja. Ah, mit der Leicht, die Runde auch. Ich wollte ja eigentlich ja noch mehr Kameras legen, aber ich hab jetzt sowas von verlaufen auf dieser scheiß Map. Okay. Ah, die Wände kann man nicht durchschießen oder doch? Hätt ich den ja irgendwie zu fliegen lassen. Doch, geht's. Aber dann ist, dann ist auch die Sanze einfach scheiße. also die von blitz der die ist wirklich auf distanz irgendwie gar nichts das ist nicht blitz das ist das war nicht bandit das war jäger das war jäger ja aber er meint ja der blitz mit bandit verwechselt er ja ja aber es war ja es war ja noch nicht mal bandit ja franz ist jetzt okay aber das war scheiße von dir habt ihr habt ihr in luxemburg eigentlich auch so eine spezialeinheit sind spiel nehmen könnten oder holen die mal die deutschen rüber ja dann haben die bestimmte gummiknüppel oder so was hat spezialeinheit ja wahrscheinlich für eine frau und gruppe oder so eine ballerina-truppe keine ahnung die blümchen wird oder so auf wird es wahrscheinlich auf das rauskommen aber wir haben aber eine ich lerne das kann dieser oben aus dem schlagstoff kommt der putzwedel raus also wir haben so einige heute bekannteste ist im spiel naja gut sek also allgemein wieder sek ist ja sek ist zu allgemein gsg9 ksk mek kampfschwimmer ja ich bin noch nicht bis dahin ne denn ist stil der dünniel und die öde rau wie ist der klaren ist und bleibt die Stimme es war schlimm die schlimmste Stimme ist ja wohl bei Köln ist auch Oh, Alter! Gerade abgedrückt. Gib dem ehren. Ne, der ist rausgegangen, glaube ich, warum? Oh, da. Oh, shit, hier, Franze. Okay. Ich komme auch runter zu euch. Welche Kamera wurde ich denn entdeckt? Ne, ich habe die... eine habe ich auf jeden Fall geholt. Lukas, sollen wir hier aufmachen? Ja, kann man machen. Oh, ich stehe gleich am... am Ding, weil ich merke das gar nicht. Also, ich habe das letzte T4 ausgehandelt, ne? Stark, Franze. Wenn ihr Bescheid wisst. Also, das habe ich jetzt durchs Team geopfert. Oh, nein, genau, wenn ich... Klettergütter. Die haben keine Frosche. Ach, fuck. Ich bin noch ein... Du hast doch noch kurz nach unten geguckt. Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, ob da eine Froszeit-Matte sein könnte, aber dann ist mir eingefallen. Franzi war ja schon drin. Ich brauche da ja gar nicht nach unten gucken. Aber... Ach, da hast du ja null. Ja, Franzi, wem wird angekündigt, dass da eine Matte liegt und läuft dann zwei Sekunden später da rein. Ich war voll beschäftigt. Ja, nicht beschäftigt genug, um dumme Sprüche zu reißen. Nee, gar nicht. Du lass doch mal den Frenzen ruhen. Nee. Ich so immer so böse. Ja, weil du immer... ...ne? Darum. Ich hab halt gespürt, wie du halt wieder hier irgendwas sagen wolltest. Hab ich ganz genau gespürt. Ich... Ich hab dich bis jetzt immer gemocht, Diva. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt magst du mich nicht mehr. Ach, das hast du schon so oft gesagt. Boah, hab ich lange gebraucht, ey. Von Januar an bis Mai. Es kratzt immer mehr an der Oberfläche, ne? Ach, den Raum kennen wir überhaupt noch nicht. Und den nicht vorhin schon? Hm, doch. Aber das Ding ist halt, es gibt immer nur vier... äh, vier Räume. Auf jeder Map. Ja. Sorry. Danke. Ich hab noch zwei Wände, wo soll ich denn die hinmachen? War noch zwei. Keiner vielleicht. Ah, ne, einer. Eins hab ich noch. Menge Störer. Aber von wo kannst du auch nicht sagen, boah. Oh, schon war alle mal defensiv. Ich wollte eigentlich nur rausgehen, aber nur ist zu spät. Okay, die kommen schon. Bei, äh, Viva. Da, äh, hinter dir, Stefan. Da durchschließt die... Nein. Ja. Fuck. Hier haben die ein Fenster aufgesprengt. Ach, na, wo war, wie, wie geht denn das? Ach, dieser Schwule. Ach, Mann, nein. Boah, die neue Map können wir echt. Ach, das war Blitz, ey. Oh Mann, ich war noch voll daneben. So. Ja. In die Richtung, wo Franz guckt, da war er Blackbeard. Da geradeaus durch. Linke Hand. Ja, siehst du Kameras noch? Wow, hier ist draußen. Lol. Was? Da ist eine Frau, eine Frau. Ja, ich guck durch. Moin. Sag mir, wenn jemand kommt. Ena steht am Fenster. Und Ena ist drin. Wie ist von dir? Ja, kann ich T4 schmeißen? Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Wow. Nein, noch nicht. Schieß ans Büro. Wo? Wo und vor. Ich glaube, du hast die Tür hinter dir aufgemacht, Pasti, ne? Jetzt kommt er hin. Kannst du mal ins zu? Jetzt, vor der Tür, vor der Tür. Aaaaah! Boah. Das ging fast. Wahnsinn, was war ja los? Warte mal. C4 ist wirklich, wenn man ganz fliegen soll. Oh. Das ging fast. Weil. Da war ich schon zu früh. Äh, noch. Scheiß. Okay. Das war mal. In the dirty. Aaaaah. Komm, wir tun uns die Anrufsrunde hier. Kazzala. Dann machen wir noch Möglichkeit die drei Infos weg. Jo. Danke. Wir warten. ja ich weiß einfach warum ich bin schon oben sind auf jeden Fall nicht von hier fahren sind aber oben glaube ich wieder gleicher Raum als vorhin das ist nicht der gleiche Raum wie eben ja guck mal wie ich die Map schon beherrsche den Raum möchte man ja schon erkennen ich gehe Kameras da und holen alle achso alle drei kannst hier oben setz ich an hier oben rein setz ich an ja Moment ich weiß grad wann ich wo ich hingehe hört man mit einer Fetscher eigentlich auch die Kameras von Vaikyra ja musst du wissen Franz oh Franz reinjumpen und dann ich werf dir da wieder eine Fetscher hin wow jo hab alle drei Schockdritte zerstört D4 liegt da ich gehe doch einfach mal hier rein da hat irgendjemand was aufgemacht ja geradeaus von euch gesehen ab 1 ja ich würde gerade abdrücken schweißen nicht gar nicht mehr vertreten recht nicht auf die kette nach rechts gelaufen 8 Uhr Park Ehe also mit haben auf jeden Fall nahe die Sprecher an ich finde wir müssen die Map öfter zocken damit wir die halt drauf haben aber nicht mehr heute bitte war da keiner? da ist müsste noch hat noch jemand sein Fernseher so laut oder? Männer ist aus mir ist auch alles aus also Frost gibt es nicht ich bin in der Drohne und aber was kommen wird nicht so gut sein die er hat nach Schaden um das war knapp aber die der Bühne nicht da gewohnt hat denn er das ist der herrn hier drauf muss von der du bist aber auch in der sekunde vor aus dem ziel rausgegangen das hat bestimmt auch noch er wollte rausgegangen ist also aus nehmen ja auf jeden fall hat ja schon draußen ja aber nur wenn wir dann jetzt auch an spielen warum locker können wir die map spielen sonst lernen wir die ja nie kennen oder ich dachte ja jetzt also ich würde sagen ja was was machen wir jetzt wir wollen die ist gelaufen deswegen läuft es jetzt dann tue ich nicht mehr raus muss ich mal piechen bei mir stefan jetzt aus der gruppe raus als wir zu schnell ich kann mir den ersten von den beiden holen wo ich mir denn in solchen spielst du gerne ne ich will mir blackbeard das ist spielst Vielen Dank. Vielen Dank. Und glaubst du, bei den Mexikanern kommt jetzt so beim Angriff so ein typischer Granatenwerfer? Mexikanern? Ich meine, es ist zum Beispiel mit Tacos um den Sieg oder so. Brasilianer. Ne Taco-Bombe. Das sind doch Brasilianer. Also sind die Brasilianer und Japaner, oder? Ja. Ja, Brasilianer. Ah, ist ja das gleiche, Brasilianer oder Mexikaner. Die mögen alle Burritos. Ich mag Taco 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 Taco. Ich bin einer Verloppet. Das geilste Video ist eh, wo der Typ das Brot, dieses Burrito-Brot da auf dem Plattenspiel anlegt. So klickt ein Burrito. So. Alle ready? Ah, Moment, ich muss das Headset wechseln. Ja, jeder Gaming-Headset an? Hm. Daniel? Ich nicht. Hallo. Gaming-Headset. Ja, warum denn? Und so wirst du mit uns die ESL bestreiten? Ja, mit meinem lausigen Xbox-Headset. Komm da an, jetzt zeigst du dir mal, wie gut du bist. Auch ohne Headset. Ähm. Was war das, was ich gerade so? Ach ja, wie nennen wir den Stream denn jetzt? Ah, keine Ahnung. Bla. Welke, 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 wie ein Glowy Hole? Oh, du kannst doch was nicht eingeben, man. Die Glowy Hole kann man natürlich, kann man das eingeben. Oh, es geht doch darum, ne, dann gibt's wieder Anfeindungen, ne, und dann müssen wir uns hier belegen, wieso wir mit so dreckigen kleinen Luxemburgern spielen. Das ist ja. Meinst du, Sledge schiebt seinen Hammer durch die Wand oder sowas? Ja, alle ready? Ja, alle ready? Ja. Ready. Ja, man, oh no. Äh, suchst du schon? Ja, aber mir überprüft und aktualisiert er gerade ein bisschen, wartet kurz. Können Moment dauernd. Jetzt suche ich Jetzt Lachs es Oh, die haben ein volles Team Cool Manchmal muss ich einfach Franz irgendwann mal erschießen So, wenn man es ein Stück angesammelt hat Dann einmal killen Oh, und da geht ein Team Slayer Stark Oh, Web King Daddy und so Oh, der King Daddy, ne? Mit einer Nullfaira Ja, Jacht können wir Das ist unsere Map Das ist unsere Map, Jungs Du kannst ja Du kannst ja den Stream nennen Franz ist hier zu Dance Franz und seine Lachsparade Aklak-U-Boot-Raum direkt, oder was? Genau, genau Aber was ist denn unser Paraderaum? Cockput? Casino Das Schweinsvisier Ja Aber das Problem ist, in der Verteidigung habe ich keine Maschine an Monikas Auge Stark Stark Stimmung ist super Aber wisst ihr was war? Ja, Ash zieht Blank war auch auf Yacht Und jetzt geht es schon wieder so groß hier Ich mach die fertig So Auf geht's Frenzel, schieß ein Tor Monikas Tor Ich mach beide Pfeiltüren Ja Ich geh jetzt raus, ne? Jop Dann sind wir alle so, wie wir es wollen, ne? Hab eine Drohne Ja, ja, drei Defensiv zu eröffnen Eine Drohne habe ich Oh, die fährt ja noch eine gehört, ja Hab sie Hast du sie? Ja, ich bin, ich hab zwei Drohnen, passiert eine Hier ist noch eine Drohne Hier ist noch eine Irgendwo Springt hier irgendwo rum Ich mach Schneck, ich mach Kameras Ja, beide Außenkameras sind down Ja, ist der Nummer vier Nein, kommen wir rein, Franzi, bei der Falltür Er schießt auf, der Anseln Die Launchkamera ist down Du kannst aufpassen Wow Ich aufpassen Wow, verdammt Franzi, machst du die Kameras? Äh, Twitch Ich hab über mir Schritte Ist das jemand von uns, oder? Ne, ne Okay, Twitch ist bei der Falltür Oh, schick, wo war die? Okay Termite springt runter Oh, angefrankt Okay, Termite Sprengt da jetzt Oh, ne Aber nicht Beide sind unten Okay, Twitch Achso, der steht mit Tür Hab Termite Ich dachte, wenn der kommt Ah, sauber Hat das einen Sinn? Äh, wie weit? Ah, fuck, die kommt von beiden Seiten Ich konnte mich nirgends wo hinhauen Ash kommt jetzt von hinten rein Wie ekelhafte Ja Oh Ash hab ich aber Ich kann dir Bescheid sagen, wann das kommt, passi Pass mich auf den Boden hier Ich hätte eher versucht, dir mit der Piste zu holen Aber gut, machst du nix gegen drei Dann machst du mal ne Scheiß-Verteidigungsrunde Na, nicht so gut, ja Aber eigentlich ist der Raum Ich hab hinten gesessen, ich hab zwischen die Ich hab zwischen die so ne Fehler geguckt Die war aber nicht auf Männerhöhe Außerhalb Ach ja, da oben kann man drauf Ja, ich weiß wo Aber einfach gar nicht zeigen Gar nicht, dass sie dich sehen können Also, so null, die hinten Das sind, das sind Ja, U-Boot-Raum Die machen Tür auf Die wirft ne Kamera raus Ich dachte, das geht nicht Ja Das geht ja auch nicht Ja, aber sie macht auf Sie macht auf Sie wartet da Ja, dann kann sein, dass sie im Nachhinein Meine Runde steht um bei den Falltüren Da mach ich euch auch erst mal die Kamera an Sag ich euch an, ne? Im Raum hab ich jetzt einen gesehen Zweier Ja, die Tür Das führt im Raum Daniel, du musst unbedingt die Falltür aufmachen, ne? Beide sogar Oh, die haben sich ganz auf Halttürn sind nicht Valkyrie wurde grad gekillt Die Tür ist da hinten Auf jeden Fall hat er geschlossen Ja, haben die die direkt an der Kamera raus, ne? Die ist grad ne Tür aufgegangen Oh, Franz, jetzt setzt du Der ist mir bei mir mit Schuss gelaufen Ja, das hab ich auch gehört Oh Ja, hier oben Da hockt dann sieht man das Aber wir müssen erst mal hier rein, Daniel Wir müssen jetzt erst mal Müssen sie echt mal die Stimme patchen, ey Das ist ja ekel Ich hab noch meine Drohne drin Ja, dann kann ich die auch aufmachen Ist da irgendwie Also ist es sauber? Ist es sauber, Mann? Dann geh ich rein Sag mir mal, dass ich da hochkommt Also ich bleib im Flur Ich hab ein schwarzes Auge Und zweimal Schockdraht zerstört Nice Ich hatte in der Folge aber schon Haben wir nen Sledge oder so? Ne, ne? Könnte daneben aufmachen Ja, mach mal hier bitte irgendwas Links oder rechts daneben auf Das wär gut Ja, da ist was vor dir? Ich denke, wo ist der denn? Der lag da unten Jetzt ist hauber weg Hier liegt in der Ecke Was hab ich denn? Ich hab einen Ich brauch einen Ich hab einen Angeschossen So, da hinten liegt nur Ah, was war um die Ecke gelaufen? Ah, der steht da Wo Passi eben stand Ach du, ich geh vor Ne, 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 ne Ich geh vor Also ich hab heute den mal genießen, ne Jetzt seht ihr Das ist raus Oh mein Gott Jetzt Ja, sehr, sehr schön Super Die Falltür nicht schließen, ne Gibt's da Team-Differenzen? Wieso Teamkill? Weil der war nicht AFK Der hat sich ja bewegt Ne, keine Ahnung Also ich vermute Also ich bin direkt in die Drohne gegangen Um zu gucken, wo Valkyrie die Kamera ungefähr hinwirft Und Karsten stand da direkt hinter Ich weiß nicht Vielleicht bin die alle nicht Vielleicht, ja Vielleicht bin die alle nicht zusammen Und der dachte, der würde sprayen wollen Oder rauslaufen Dann hat er den gekillt Oder der ist aus Versehen auf RT gekommen Kann auch sein, ne Aber das Aber das Rot-Headie Ja Dann werden wir jetzt sehen, wenn sich gegenseitig töten Ach scheiße, ich mach halt schon, ja So Ich leg Stacheldraht in den Gazel-Raum Ja, wichtig, der Weg zum Fenster halt, ne Eine Drohne hab ich Daniel, hier, die drei Wände mach ich mit Strom Jo Eine Drohne ist noch beim Geilschrauben Ja Ja, eine Große Eine Drohne halber Kann ich die Tür zumachen, ja? Ja Ja, klar Ich komme noch mehr rein Ich lasse mal zum Geisel rumzumachen die Tür oder lieber offen lassen? Äh, die lassen Es wäre auch gut, wenn einer hinten neben der Geisel liegt, einfach nur Reicht doch Macht das jemand von euch? Geht dann in die Kameras So, eine Außenkamera ist down Beide Außenkameras sind down Einer kommt Küche hoch Sledge kommt schon die kleine Tür hoch Also hier Küche und Küche und Treppe kommt schon Sledge hoch Ich seh's, ich seh's Der hat die aufgeschlagen, ne für die Offensivspieler Das heißt, ich kann jetzt schlecht Kameras gehen, wenn hier beide Türen, Haupttüren ist auch offen Also an meiner Posi hängt keiner Das war eine Granatik, kann sein, dass es auch Sledge war Ja, ich kann jetzt Sch*** machen, ne, hier ist, äh, zwei Türen sind schon auf dem Twitch-Drohne Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke Äh, die sprengen irgendwas auf Ich glaube, eine Paltür, Stefan, bei dir, geh da raus aus der Drohne Ne, die ist nicht bei mir Was haben die denn hier aufgesprengt? Die erste sind dann gekriegt Ja, die kennen sich wieder gegen die Sledge-Gutes Oh, die haben durch die Wa... Oh, scheiße Der hat mich wahrscheinlich nicht bedroht Als ich in der Kamera war Wie Posi hattest du die Küchen in den Blick? Ne, ne Das war Twitch hier vorne Entschuldigung von außerhalb durch die Waals erschossen Jetzt, Thermalt hier Switch an der Doppeltür Ja, Twitch ist down, sauber Ja, das müsste Ash sein Also von Daniel aus nach rechts Eiselraum durch die Wand Ja, genau Genau, Posi dahinten bei der Treppe war sie eben Da, dahinter? Ja, sie hat mich da durch die Wand geholt Ist jemand in der Kamera? Also ich bleib dann Ich bleib den Werk in der Kamera Hier bei der Küchentreppe? Ja, chillt einfach Äh, ne, bei der anderen Treppe Bei der Wendeltreppe war passiv Okay Ich betbe, wie war die Treppe? Du bist, Stefan, du bist Küchentreppe Ja, gut, Stefan, du bist Küchentreppe Das kommt Ja Okay, dann geh ich mal in den Raum Ihr müsst nur Treppe ansagen, ne? Nee, die Geist ist ja gar nicht Ich bin ja Nee, ich bin ja Bereich Bereich sichern Ja, ja Äh, okay, Leiter Ash Ist die hochgegangen oder runter? Pass auf dich auf Nee, die pass auf Die pass auf der Treppe auf Zieh da zurück in den Raum Wo die Fallschwenden sind Für das U-Club Äh, ah, klar U-Bot Das ist aber noch ein Splitter-Operator Ja, Luft, dann nicht vergessen Ja, 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 klar Ah, die schieß jetzt Durch diese Wand Ja, ja, ich weiß Okay, okay, sie kommen in den Flur Sie geht jetzt, äh, zu Okay, die ist da Ich hör, ich hör noch ein Schild Die, die ist, äh, vor der Tür Oh, die ist, äh, vor der Tür Oh, die ist sauber Okay, Ash Ich hab die Arme angefragt Ja, ich... Die läuft zurück Wo war die, wo war die? Äh, da an der Doppeltür links Die kommt erst vor die Tür, vor der Tür Rechts ist jetzt an der Doppeltür Okay, jetzt bei mir Wieder vorne in der Lobby Bin hier, ne? Ich bin vor der Doppeltür jetzt Also Ash ist Lobby Ich schieß auf die Kamera Aber die andere... Ich hab noch hier die Kamera Ja Wenn sie zu euch kommt, da hinten verschickt Also ich, ich guck Doppeltür, ich guck Doppeltür, alles gut Doppeltür kann sie nicht kommen Die kommt direkt von rechts ja ja jetzt kommt die doppeltür. ja ja, hab's schon angefragt. ja noch elf sekunden chill. jetzt kommt der abseite. ja, abseite. die kameras da sind unschwarzbar ne? echt gute. ja hier hast du echt, für den raum hast du echt gute kameras. äh kameraspots. ist echt nice. wenn die das casino gehen mach ich standardposition ne? ja ich geh wieder zu. für den a-clock u-bootraum für die kameras auf jeden fall. ich werd dann wieder passiv absichern. wenn er da hängt, setze mich wieder dahin erstmal. ok. als sie rauskommen. ja, wir müssen erstmal gucken ob die da auch wirklich hingehen. warum hab ich so nen hund ping? ah jetzt geht's. ja, vorne ist hochladen. hochladen? ja ja klar hochladen. ich bin äh, amateur, amateurbereiche. engagierter pronodarsteller ja. mit ali? ne das ist dein job. ne deiner mama. unter anderem also ich, äh mehrere partner. also mütter. ja. ah ich bin verwirrt. okay. vor allem mehrere partner. das hört sich ja an. das hört sich falsch an. ja wir sind da offen für alles. also im wahrsten Sinne des Wortes. zum tresen hin ist strom an der wand. zum tresen hin ist strom an der wand. okay haben alle operator. äh. 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 ich sehe hier keine. ja. für euch mach ich doch alles. ich bin hier wieder in der drohne. ja. ja mach auf. ja mach auf. äh. äh. ne das war daniel. da kann ich da reingehen. da ist auch keine frostfalle. bei mir. da ist äh. black green in der ecke. nein ist er nicht mehr. ich hab die noch weggeballert. ach so. ist sie tot ja. ne ne die ist äh. abgau. das fängt es nie. da sind zwei in der ecke. in der beliebten ecke. Stefan. also wenn du reingehst. kannst reingehen. äh. Franzi gehst in die kamera. und pass auf dass uns niemand umläuft. äh. da ist keiner drin. da sind eine linke ecke weiter. äh. ich guck nur mal schnell. ja ich muss aber jetzt hin. weil sonst. ich bin in meiner viva. da hab ich sofort die treppe. ja gut. gut. und dann in der nächsten. okay valkyra kommt auch. valkyra kommt auch. blöd. ja die ist in den raum gerade. genau. ich hab's gesehen. hier kommt Daniel. der war ein bleibler. bleibler stehen. ich hab's. ne du hast du sauber. 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 einer hinter der berühmten theke. boah es war genau richtig mit der Kamera Daniel. äh Franzi. ja. ich mach euch da mal die Kapkarnfalle weg. damit ihr euch. hat er begrüßen. ok Kapkarn war hinterm. rohlektisch. hinten durch irgendwie. bei der zweiten Fall. ne 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 ne. hinterm. bei Biogefahrgut. behälter. okay. ja. hab ihn. danke. jawohl. sauber. ja. hab ich doch gesagt. hinterm rohlektisch. ja. ich hab halt nicht gesehen. oder ist das. splatgeck. ne. ich glaub rohlektisch in der mitte. noch. weiß ich nicht genau. ich guck mir die scheißräume an. rohlektisch ist der hinterrück glaub ich. äh. ja. 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 noch mal anklack oder was. da würd ich eigentlich sagen. ja. ja. diesmal ein bisschen. aber stefan. diesmal. bleib liegen da. ja. diesmal kann ich auch nicht da aufwärts spielen. wie schade. da ist dann mal aufwärts spielen. ich hab noch eine zweite variante hier. dann ist gut. ich dachte du. du wärst jetzt so ein bisschen. ja. eine haben wir gecheckt. oh. scheiße. was ist mit meinen stats los. das ist so grausam. aber ich bin halt beim angriff jetzt. irgendwie von c4 werde ich da verfolgt. ne. egal wo ich aufmache. mir kommt c4 entgegen. mach Falter. aber ich mach. jo. die außenwände hier auch mal zu. machen. oder eher nicht. ne. also eine hat sich eben auch gemacht. weil ich eine übrig hatte. deshalb mach ich die schon mal direkt. hab die drohne. eine drohne. drohne auf der treppe. ja. hier brauchen wir noch ne wand. ja. ich mach. ich hab noch zwei. jo. hab die drohne auf der treppe. zwei. drei. also. Daniel. Daniel. hab ich jetzt als drei gezählt. ja. wir sind alle drin die drin bleiben wollen. dann mach ich die Tür zu. weil ihr da noch was an den wänden machen wollt. ich würde aufpassen beide kameras sind down. also die könnten jetzt gleich kommen. ja. offensiv. magst du nicht. ja. mhm. 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 Das ist auch so, wenn ich... Ja, guck mal, Pasti, ich hab jetzt auch 1.8 KD. Ja, und ich hab 1.9. Ach, du hast jetzt 1.9, ja, scheiße. Aber ich hab 1.7 Nieder... Sieg Niederlage, hm? Was sagst du jetzt? Also, ich hab eine Nachricht bekommen. Ich zitiere. Cheater Motherfucker Test Signale... Äh, was? Und dann irgendwas Französisches. Franz, den musst du nicht mehr übersetzen. Dann... Dann lese mal. Du denkst, ich lese dir das jetzt vor? Äh, ja? Mal bestimmt zum 12, ja, ja. Klar, das ist jetzt vor deprimiert, dass er verloren hat. Die hatten keine Schnitte. Cheater Motherfucker, T-Signale, Jeux Noir und Prü... Uwe Soft. Ach, er will mich doch nicht melden, oder? Ja, Prüf ist doch, äh, Wahrheit oder Prüfung oder sowas da wahrscheinlich, ne? Prüf. Ja, ich hab dich signalisiert und ich hab was an Ubisoft gesendet. Okay. Aha, ja, das ist die schönste Antwort. Sag, sag, du hast Tariq in deiner Klasse. Ich hab gerade schon viel in deiner Klasse, Tariq. Man müsste das I, L, E, S, T, also Lücke, E, S, T. Ja, das kann ich noch. Ja, das kann ich noch. In de, dans, la, Klasse. I de, dans, la, Klasse, Tariq. So, D, R, N, S, L, A. Klasse, Klasse, wie heißt, Klasse, 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 C, L, A, S, S, E. Endung, genau, okay, ist okay, kann ich ja nicht wissen. Und dann de, Tariq, Tariq, ich weiß gerade nicht, ob der mit Q oder mit K geschrieben wurde. Ah, kannst, kannst du mit Q schreiben. Ja, mach mit Q, das kommt cooler. Versteht ihr, cooler, K, cooler? So, dann war's das ja heute, ne? Ah, kurz mal ausklägen, ich hab das Bild gerade gesendet, noch einmal lachen darüber. Irgendwas will er denn da melden? Kann doch mal, weiß ich nicht. Hast du den durch die Wand abgeknallt, oder was? Nein, hab ich nicht. Was war denn was für ein Typ? Ganz normale Kills gemacht, ich bin ganz normal rumgerannt, da habt ihr einfach, ich bin einfach sehr besser. Zerstört. Spiel ist übrigens 1-1 ausgegangen. Ja, richtig geil. Oh, wird spannend. Sag mal, hast du deinen Hintergrund türkis? Ja. Süß, ne? Kills. Ja, ich wollte eine kräftige, aussagehafte Farbe und Ocker war halt noch nicht da. Oh, Ocker. Okay. In the dirty class. Ja, gut, also das war's dann. Jo. Aber wenn wir da noch gespielt haben, dann werde ich den auch mal melden. Nur mal so. Geht das denn jetzt überhaupt noch drauf? Geht halt ja nicht. Aiden sind. Na klar, das steht mir möglich.